Ja, denn. Dann wollen wir mal. Alter, braucht ja lange ein bisschen mit den Roxas selber zu verlieren. Ja, ich geh schon mal weit. So, wenn ich mal in Sitze. Alter, du hast die Internetverbindung. Was? Es wird deine Internetverbindung nötig, schon mal alles die Modifikation. Das weiß ich. Aber der muss die Verbindung haben. Ja, warum? Was tun willst du? Okay. Was? 37 Minuten. Alter. Jetzt liegt hier alles. Was? Im Menü? Die dürfte aber ein Fliegeschlag. Ja. Ja. Dann lade ich dich schon mal über Party ein. Weil du bist auch bjud. Nee, bin ich nicht. Was? Du warst gerade eben auch wild. Lass mich einfach rein. Vielleicht soll ich es einfach annehmen. Aufgrund deines Fehlers könnte die Einladung nicht erinnert werden. Keine Ahnung was du da machst, aber irgendwie funktioniert das auch nicht. So wild, sag mal. So wild, sag mal. Das ist so wild, ne? Das fettet wild, ja. Ey Junge, ohne Scheiße, das ist nicht normal. Hier liegt doch nur das Menü, obwohl ich die Internetverbindung habe. Ich verstehe das nicht. Ist ja real, das wäre auch schwer passiert. Wie lange dauert die? Ja, einer habe gesendet. Jetzt geht es. Ach, da ist der Waffenband. Ja, ja. Lass mich aber gut. Das war sehr weiter Waffen, werdet ihr zu bieten. Ja, eine neue ist drin. Boah, weißt du was denn? Ne, tatsache, taktische MP 279.000 muss ich ja kaufen, Richard. Ja. 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 Ich glaube, hier ist ein Platinenfarbton. Ja. Und Michali kann ich vielleicht auch noch drauf holen. Unverlängertes Magazin. Ja, darf ich nicht. Das will ich nicht. Warum möchtest du das nicht? Dein, weil es scheiße aussieht. Das ist im Allgemeinen nicht so egal noch. Ach so. War mal richtig. Kannst du auch ein verlängertes Magazin nehmen. Ohne eine Einladung. Ich hab dich nie gesehen. GTA Online reingekommen. Äh, ist ja egal. Hatte ich auch schon mal. Dabei hatte GTA sogar nichts zu Update. Vor kurzem doch. Ja, ja. Hat er eben installiert und jetzt funktioniert jetzt nicht. Wie eben. Das hättest du beim ersten Mal bei dir installieren müssen. Hast du ohne Update irgendwie gezockt oder was, Doc? Nee, aber nicht. Ja, dann bin ich. Ich starte mal. Jetzt habe ich weniger als eine Mulde. Wegen ihm. Kommst du? Startst du irgendwas? Ja, ich bin auf dem Weg dahin. Ah, doll. Ich bin auf dem Weg zu deinem Kopf gelten. Ja, ich behalte das auch. Nee, aber warum wird alles aufgezeigt? Voll so lange her. Schade. Voll jetzt so ist's. Was ist denn mit dem Kopfthalb hier? Ja, ich Switch. Ich habe mich im Kopf gelten. Du kommst nicht in die Tahoe, Mann. Aber ja, wo auch so, um das Ding zu starten? Ich bin doch jetzt erst am Casino. Aha. Aha. Aber achte, hab ich mal eben am Rad drehen. Ich weiß nicht, ob ich das schon gemacht hab heute. Starte nun nix. Ich will auch mal am Glücksrad drehen. Vielleicht bin ich heute mal mal lucky. Zweifel nicht zu, aber es ist ja ja. Ist das, was ich mit dir helfen kann? Ich will auch mal am Glücksrad drehen. Vielleicht bin ich heute mal mal lucky. Ich'll nicht wenn ich bin dann Drei. Dann geht dat Gryphsrat eh erst in 25 Minuten. Was? Ne, geht dat Gryphsrat eh erst in 25 Minuten. Ah, dann ich guck jetzt mal mal, ob das bei mir schon mal geht. Ja, alles hin zum Beispiel. Hör mal. Ja, was fährst du denn da? Das nennt sich Kaoma. Ja, ja, kenn ich doch. Auch nice, ne? Oh, geht. Wieso wolltest du ein bisschen Taxi spielen, oder was? Bei mir auch 20 Minuten. 21 Minuten. Ja, bei mir auch. Erst in 25. Ja, dann. Mach das mal. So. Die zwei kriegen wir die ja wohl schnell durch. Die müssen jetzt hier. Was? Die zwei kriegen wir die ja wohl schnell durch. Ja, da muss ich einfach kurz akzeptieren und dann abkicken. Ja, du kannst nicht mehr machen. Noch mal, das ist das. Wie geht's jetzt? Wie geht's jetzt? Boah, ich bin jetzt auf die Schlossner gestillt. Was ist das? Was ist das? Geht's euch nicht. Einfach mal ein... Aber... Oh, da. Das ist ein Problem. Ja. Ja. Was gibt Luft? Ich bin so gut. Oh nein! Das tut ihm da immer so gar nicht. kinda mit den Duggans. Ja, ja, ja! Ja, ja! Ja, ja! Hm hm. Ja, wir sind ja vielleicht noch raus. Lieber Oppressor rufen. Nö. Wie kommst du so bei Oppressor? Wegen viel Tankball, die in die Luft jagen sollen. Mach das ja mal auch mal wieder in der Region. Mach du das doch mal nach. Das gibt Waden, Alter. Boah. Ich finde den Duit in der Winterhose jetzt die ganzen. Dem Stampte, Alter. Stampte starten. Wtf. Okay. Easy peasy. Aries Tankwagen. Ach, deswegen hast du das gesagt. Boah. Ja, vielleicht. Fahrzeug wieder einlagern, ne? Besser. 1.000 Übersetzer. Ah, boah, nee. Ich schaff das. Mach du mal mit der Presse. Die Aufhunderschöne. Ich geh zu D und C, du erst mal zu A und B. Ja, ich bin eigentlich gut. Denke ich vielleicht. Die Oppressor ist die Kritik der Weg. Ja, für dich. Für mich nicht. Digga, der ist am Arsch der Welt A. Wobei A kommt die Autobahn runter. Die Schrauben. Ich gehe deinen, ne. Nee, der NPC. Ja, Jui, das kann passieren. Dann war der NPC. Jetzt ist meine Motorhäuser vollkommen im Arsch. Super. Die hebt da... Wo ist der Drekker da hinten? Das ist der Drekker. Der ist der Dreh mit der Schrauben. ich bin die band und jetzt geht auch gleich leer super an meine karre man nicht einmal reparieren lassen so ein dreck wo fährt denn der dünel dahin ich habe ein bisschen entscheidung getroffen wird der fahrt hier lang ja egal geht es halt immer nicht um für zeit zu gehen das ganze so Einen Tankmagen zu zerstören sollte jetzt nicht die spieligste Aufgabe der Welt werden. Halt an! Ich will nur anfalten. 3 more to go! 2 more to go! Okay, sie haben zwei Trucks! Geh weg von ihnen! Döööhh, ich geh zu zwe. Du musst einfach nur kompensieren, jetzt erst. Ah, ich brauch mich aber erstmal hier wieder meine OP. so viele pistolen man mal irgendwann mal was einlagern da so gehst du denn hier zu C, geh zu B? ja Dennis, guck mal wo B liegt na egal, ich muss zu C ich lasse nur ein C hier Rohrbombe, ne ich Schaffbombe, wo ist das Ding? da, danke aber ich verstehe nicht, wieso bin ich echt verwirrt, wenn ich draufballer ich weiß, also habe ich mich einfach für Haftbombe gezieht warum fährst du auch kein Oppressor, oder was? ne, ich fahr doch auch noch nicht da oben, Alter jawoll scheiße, wir haben eh kein Zeitlimit gefühlt ich habe jetzt nicht ganz gesehen auf die Schnelle aber ich bin da eben falsch abgebogen, ich dachte, der wäre hier unten rechts deswegen wird man am besten mal die Karte was größer pff, hatte ich noch eben kurz vergessen ach, scheiße, jetzt bin ich falsch abgebogen ja egal, ich kann ihn da aber da hinten abfahren ich muss das richtig machen ich muss ja eh da lang fahren, ne, trenn theoretisch hoffe ich jetzt einfach mal ich muss noch die Eifel steigen äh, ja, scheiße hab ich hier runter ich weiß nicht, Alter der Oppressor nehme ich nicht gerne, ne, das Ding fühlt sich einfach nicht gut an ich bin da ehrlich, ja klar, manchmal muss sie halt haben, aber ich fühle die nicht, weißt du was ich meine? ich fühle die halt so gar nicht du bist mir klar, ich fühle jetzt sowas wie wie Litau mal aufgefühlt ich bin jetzt eigentlich selbst in den Umweg gefahren aus dem Städter, glaube ich stelle sogar äh, ich will überhaupt nicht mit dir spielen, lass mich schon gut oh, ich rufe heute keiner ach, du denkst aber, du musst Taftboden verwenden, das geht nicht anders ja, dann ist es auch eigentlich so oh, war eine Taft mit demischen okay, und wie? Sie haben die Los Santos-Gas-Fazilität nahe der Porte. Sie haben alles, was dort bekommen. Die Sicherheit wurde in den Kontakt. Das ist eine Herausforderung. Der Boss betrifft auf dich. Das ist kein Problem. Naja, das hast du jetzt. Füße. Ach du, schilder immer. Du hast ja immer diesen berühmten Teufel an die Wand, glaube ich. Ja. Du hast ihn sowieso nicht mehr durchgenudelt. Ach, du hast ihn sowieso nicht mehr durchgenudelt? Wenn er sich dachte, was ich mit meiner schönen Karre gemacht habe, kann ich den sowieso nicht durchziehen lassen. Ja, warum sagst du das? Boah, ist deine Tahoma lahm. Wie lahm? Siehst du, wie die zieht? Ja, ich hatte schon nichts ab, ja. Ja, guck mal. Die zieht nicht mehr als mein... Warte mal, die ist nicht für die Stelle ab. Oh shit. Ja, ich verfolge ihn. Dann nimmst die anderen, komm. Da gehst du dich immer wieder, Alter. Du kannst doch nicht draufballern. Dann nimmst die anderen da unten. Du kommst nicht weit, jo. Ups. Ja, nur weil mir geht leider die Party ab. Oh, ist doch schön. Ist doch überhaupt nicht so nicht verrückt hier. Hast du schön getanzt? Ja, ich vasch. Warte, du. Da hinten. ? Wie? So wie ich einen hier in den Pi mehr. Weil ich sie eben gekauft habe. Der Drexding. Ja, aber wir haben immer alle Waffen durch. Ja, ich weiß immer, alle Waffen. Aber Ed nervt. Ich muss ihn sogar schon noch einlagern. Ich mein Pistolen, sollte ich mal überlegen, ob ich der eine von einlagern soll. Wenn ich ehrlich bin Da kriegen wir jetzt ganz easy damit Der zweite Edith Ich habe schon ein paar bewältigungen Machst du überhaupt auch was oder bist du nur Deko? Ja Du siehst der chillig im Auto Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Du siehst der chillig im Auto Ach so da lebt doch einer Ist der die Panzerung anträgliche? Nee Ich träg den schon hier in Seidern Alter worauf endet der denn da? Da ist doch nix Sind die dann Bänden und Hardcore unter den Bänden? Ja Ich geh jetzt da hinten zu dem Hauptobjektiv Ich hab mich grad ESO genannt Ich weiß es ja nicht So was? Wurde ich weg gelasert? Alter war Jesus Wieso ich da hin? Keine Ahnung Junge Aber träg dich an was hier nicht Ich dachte hier wirst du Ja Junge kümmert dich einfach mal um die Hauptobjekte Ich hab nicht viele Panzer noch mehr Ja auch nix mehr Die Lasern nicht hier ne Ja Da ist sie jetzt in der scheiß Hedi Das ist ja nicht mal Ok da hat er auf jeden Fall eben einen anvisiert Was auch immer Naja Ihr könnt euch doch einfach mit dem Tank rein gehen ne? Auch mit der Kuruma Ja Ich glaube die Kuruma ist hierbei die beste Option Na ja tut richtig Aua Aber hat jede Achtung Junge Und eben wurde ich wie gesagt direkt weg gelasert Also ich weiß das auch nicht Naja ich wollt halt jetzt so Was die mich am Lasern sind alter 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 Hab den hier drinnen Da fehlt dir noch einer Ich hab nur noch 4 Panzer rum Und ich hab weniger Glaub ich Also Ich hab nur noch Das beste draus Ich sag mal Ah ah Daily 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 Der lehert mich jetzt Ich bin ins Tod Ich bin ins Tod Ja ich bin so von tot Let ins war du die ganze Zeit da entdeckt Ich weiß nicht was du hast du es keinen einzigen genommen Ich mach alle Digga das ist ja so gar nicht wahr alter Ich hab dir voll Gegner von mal ist geil Ja Jörg Welchen hast du genommen? Sag mir einen bin ich noch genommen hast davon Ich weiß Banzang kaufen Ich hab nichts gedrückt Junge Da hast du ihn Du hast ihn Ich mein ich Schill Der war mal offen alter 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 Ich hab mal die Karriere für woche Alter ich bin einfach alle tankwagen Du hast keinen verkackten einzigen genommen Bevor wir da jetzt reinhauen Hauen Hä? Das ist es You took out the whole network Ja die ist rhetorisch Scheiß drauf ich fahre mit dem Panzer rein Ja gut Ich fahre mit dem verkackten Panzer rein Ist wie auch hier Wo ist der Panzer? Der geht nicht Der Panzer kannst du nicht rufen Echt? So eigentlich Ja probiert doch Wo ist denn dein Panzer? Quasi Ja Kannst du ihn rufen? Nee Ja Ich schau nicht Der Panzer wird auch ein bisschen zu warcht Ich konnte noch nicht weil das Ich konnte noch nicht weil das Ja Dann kam zu GTA Logik Alter Ich bringe ihn zu ya Kaum sind die in der Hand sind aber nicht los Ja das soll ich hier auf eine Kuguma Ja Hab ich schon längst Ich schau schon dahin Ich hab viel zu nahm Warte vorigst Wenn du seit dem Update Können die Autos nicht rumhauen Ein bisschen durchplanen Ei Können die in der Warte nicht Ey Wo ist jetzt meine Haftbombe? Wie kannst du dich nicht draus Da Da ist der Kuguma Kannst keine Dinge Haftbombe werfen Was? Und der Kuguma Kannst keine Haftbombe werfen Das wusste ich nicht Aber sie dürfen ja nicht unseren Panzer rufen Das hat auch richtig abfackt Das ist ja eben auch Also Ach dieser Fan jetzt auch Seit dem Update Das Ding erzählt Neues von GTA Kannst auch nicht mehr Nach rechts raus Ballern Das richtig dumm ist Aber nach links Das ist Oder Rechts Ach keine Ahnung Alter Insofern richtig nervig Was sie damit gemacht hat Ah Der ist down Was ist da dann? Oh Mann ist das der Fisch Die haben ja ganz viel falsch gemacht Früher war das schon ein bisschen geiler Ja außer mit dem Panzer Du warst schon immer bei Waxer Games So dass du nicht alles rufen konntest Aber ich wollte gerade sagen Ich hoffe ich habe meine Türen noch im Takt Und so habe ich das Problem Ja Oh Was lasert denn? Ich hoffe ich habe jetzt den scheiß Wegen So Ich gehe nicht down Guck man den down Indem man drauf wolle Ja klar Man muss auf den Pivoten schießen Mann Habe ich doch gerade gemacht Ja Ja Ich denke dann Du musst das Ding irgendwie so Schieß einfach auf die Motorhaube Dann geht der auch schon kaputt Mit der AP Pistole geht das eigentlich Obwohl wir können jetzt eigentlich eine neue taktische MP Ist sie stärker als die AP? Was? Ist sie stärker? Ja? Ja Als die AP Pistole Na ja wunderbar Na ja Das ist lustig Ja Ach Danke Rockstar Games für's Äh Nuss Genug können Ach da ist ja eigentlich Ich höre dass die stärker ist Schmeckt Noch nicht Wo ist noch ein Dach Guck man Dirk Irgendwie ist sie gar nicht so stärker Oder? Ich höre sie gerade nicht direkt Dass sie stärker ist Probier's mal bitte Ja Ja Verwarte doch jetzt oder nicht Aber hier hinten ist doch eins Nein Ah Echt 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 Ich Für Echt 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 Ecard Echt Echt Taktisch ist ganz leicht Du kannst aber super Hed 건� chunk Echt Themen solches depend jetzt hast du ja gar kein problem irgendwie denkt er hier gar nicht jetzt denkt er wieder und dringend neue controller ja ja ich hab ja gepanzert ihr könnt mich schon die mietchen verlassen viel geld in der hunde des pilates und geht hier kannst du heute im arsch abwischen ein bisschen was zu trinken Das ist natürlich schon mal ein bisschen Ich bin schon mal Ja Ja Gut Das sehe ich mir jetzt schon mal direkt Ach jetzt werde ich schon mal Ist egal, ich kenne mir ja auch bei der Armination zuerst, wir müssten dann kaufen. Ja, wie viele Missionen fehlen die jetzt noch? Keine Ahnung, das ist Ranging Breaks. Na dann. Zweitens. Und merkt ihr, jetzt bin jetzt einfach nur noch die Koruma, so verkrampft wie die letzte Mission war. Ich denke, dass ich eh wieder alles alleine machen muss. Ja, bleiben wir einfach Koruma. Ja, glaubst du. Aber ich glaub, man kommt ja nicht hinter sich, so. Und manchmal denkt der gar nicht. War als erster zur Ammunation ein bisschen. Aber ich glaube irgendwie. Was ist das, was ist das? Dein Wodka klopft. Wir brauchen sonst Müll. Sag mal, ist da eine Scheibe anledert. Jetzt glaube ich nur so ein Bug. Sieht genau so aus. ja viel fehlt mir hier nicht okay dann lass mich mal zum niveau oder was ich bin auch noch in einer lobby ich schlage mal ja ich merke dass ich so wieder ein paar verrückte aber ich sitze mit einladung ja warte bitte ja wie lange soll ich hier ich liebe diese funktion nicht ich kann schon die ganze zeit nicht kontinuation aber ich hatte ja eigentlich nur noch viel also egal ich kann es nicht mit party aneinander findet es nun wieder entgegenlich ich liebe woxvergames egal wohnen Hey! I'm going to eat a little bit.